Ich habe einen Abschluss im postgraduierten Kurs gemacht und habe nach dem Abschluss bei der KfW angefangen, KfW Entwicklungsbank in Frankfurt und habe natürlich auch da irgendwo weiterhin meinen Fokus auf meine Herzensregion, sage ich mal, gehabt, Afghanistan, Pakistan und bin seitdem Portfolio Manager für Energieübertragung in Afghanistan und Pakistan. Ich glaube, die schönste Erinnerung an dem Kurs ist, dass auch jetzt im Arbeitsalltag und man trifft tatsächlich die Kursteilnehmer immer wieder, auch in unterschiedlichen Positionen und Funktionen, in denen sie jetzt tätig sind, immer wieder, dass man so eine Gemeinsamkeit hat, die man direkt teilt und die in erster Linie darauf basiert, dass man gemeinsame Erinnerungen hat. Und sei es die Arbeit in den Forschungsteams, sei es beispielsweise die Erinnerungen an Konferenzen, an Feste, an Events, die man gemeinsam bestritten hat oder eben auch das gemeinsame Arbeiten und Erarbeiten von Inhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017